Was ist der Sicherheitsdienst? Jo, was ist der Sicherheitsdienst? Jo, was macht der da mit seinem Auto? Jo, allgemeine Verkehrskontrolle, jo! Einmal bitte aussteigen, allgemein... So, Hendo, alle Hendo, alle die hier sind Hendo! Wenn du versuchst einzulagen, bist du tot! Hendo, das ist ein Überfall! Hendo, Hendo! Was ist? Hendo? Hendo? Was? Aha, RDM oder was? Ey, die haben Überfall gesagt! Sauber! Ey, der Typ hinter dir! Da, hinter dir, hinter dir! Hinter dir am Auto! Ey, die looten mich, Mann! Klang doch mal was, erschießt die, Alter! Die looten mich alle! Schießt die, die looten, schießen! Einfach erschießen, Mann, Überfall! Da hab ich was behalten, ne? Nein, Überfall, erschießt die, Mann! Die looten mich voll! Nein, sie dürfen den doch nicht jetzt einfach looten, sind sie bekloppt! Ey, Digga, was ist das schießen, Tim? Ich hab nicht Überfall gesagt! Wir haben Überfall gesagt, wir haben Überfall gesagt! Ey, was labert ihr, Alter? Du hast Überfall gerufen, alle Hände hoch! Hä? Ich hab gesagt, alle Hände hoch, nicht Überfall! Ja, und? Ja, alle Hände hoch zählt als Überfall! Ja, geil! Respawn, nice! So, mein Freund! Du steigst jetzt gleich mal in den Helium! Junge, ist der behindert, der hat mich locker gekillt mit seinem Scheißding, jetzt werde ich nicht abgehoben! Dann nochmal! Du steigst jetzt gleich in den Heli! Du steigst jetzt gleich in den Heli! Du steigst in den Heli an, sonst gib ich dir eine Kugel! Das darfst gar nicht! Zwei! Zwei! Ein! Das Safe Zone! Oder... Ey, aber mein Heli ist der behindert, steig ein! Oh! Jemand schießt auf den Heli! Ach ne, du hast ihn erschossen, ne? Steig ein! Float! Warte kurz, ich setz ihn zurück! Bam! Jetzt so low-idiot, ne? Ohne Scheiß! Hä? Ohne Scheiß! Was ist da jetzt hochgegangen? Der Heli! Oder wen hab ich da zuletzt geflogen? Der SUV, der SUV, wer war das? So...